hey leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal gerade rastet haute kinder richtig auf und er hat geschrieben okay dann fangen wir mal ganz oben an hier fick dich du miskiputur und so ein bastard arsch geficktes einhörnschen bumse kiddie junge was hast du ein problem fresse du lauch wieso deine mutter hatte deine mutter gleich ein problem wenn ich sie absteche lappen dein ganzes leben und eine geburt ist ha ha wer hat die ins hirn geschossen bist du ein kind ich habe gesagt es ist mir scheißegal lese mal richtig sonst würdest du ja nicht ausrasten die presse psychologe ich bin halt einer problem damit ja wieso darum weil du scheiße bist kiddie ist das low typisch achtjähriger ich weiß ich bin low ja kleines kiddie siehst ein bist halt dumm ähm nee 13 zu der mutter sieht ein dass du eine missgeburt bist jenaus auf ok ähm gerne für deinen zweiten menten dann sehen wir einen fick abinenden deine mutter du hurensohn guck dich mal an brille und im rollstuhl du krüppel oh mein gott ich bin das auch auf ich nehme das auch auf nee er lacht sich den arsch ab und ich auch alter der ist so geil drauf stopp mal stopp mal du stotterst wie eine alte oma ja stimmt da hat er noch mehr gestottert als du junge das stimmt eigentlich liegt hier auch er sagt er geht auf eine hauptschule er geht auf eine hauptschule ich gehe auf eine rea schule wow ok 1 2 3 hi und herzlich willkommen zum weiteren video bei mir mit den filmen und bei mir die letzte handelung wir haben wir haben hier gerade so ein typ der sich richtig aufregt und ich und ich und bin werden jetzt so richtig provozieren du stotterst wie eine alte oma glaubt er hat mich jetzt geblockt oder nein ne er hat mich nicht geblockt er hat geschrieben ich verbrauche meine zeit nicht für solche krüppel bei ne 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 ja ne 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 Deine, nochmal, das nochmal, der schreibt so, meinst du dich, also ich, ich, äh, du schreibt das wie ne alte Oma, meinst du dich, nee, deine fette Fresse, deine nochmal? Junge, der Typ ist so krass drauf. Der ist 8, also ich weiß noch nie, aber ich weiß, immerhin lebe ich nicht im Müllcontainer bei. Doch, deine nochmal, hallo, mal kurz, hallo, er hat mich geblockt, alles klar, ich ban ihn jetzt auch von Endeffekt noch. Okay Leute, das was wir hier, darf ich, darf ich, darf ich? Nein, das was wir hier ist, ein leckeres Shop, dann ist ja vorbei und dann auch. Schaut auch auf der Kamera vorbei und kauft jetzt auch einen Rang auf Endeffekt. Wie blockiert man? Ach so, was ist denn das? Sie geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.